Drogenwächte von Sido, am Ende saß ich in der Klapse. Zu Beginn der Corona-Pandemie verliert Rapper Sido den Halt und flüchtet in die Welt der Drogen. Zwar will er sich mithilfe seiner Frau in Therapie und so aus dem Teufelskreis befreit haben. Doch die Ehe war offenbar nicht mehr zu retten. Das Ehe aus des Rappers Sido und seiner Frau Charlotte würdig ist offenbar durch einen Drogenabsturz des Musikers und dessen Folgen maßgeblich beschleunigt worden. Wie der 41-Jährige dem Spiegel sagte, rutschte er zu Beginn der Corona-Pandemie in eine Krise. Er habe wieder angefangen, Pillen, Liquid Ecstasy, Speed und auch Kokain zu nehmen. Es ist alles aus dem Ruder gelaufen. Am Ende saß ich in der Klapse. Erst ein Entzug in einer Klinik und eine anschließende Therapie hätten ihn wieder auf Kurs gebracht. Durch die Drogen sei er in einen Kreislauf aus Sucht und Sex gerutscht, sagte der Musiker, der bürgerlich Paul würdig heißt, weiter. Seine Frau habe ihn rausgeworfen. Seine Familie sei daran zerbrochen. Erst in der Klinik habe er verstanden, dass er nicht nur einen Entzug brauchte, sondern auch Therapie. Der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik habe nach einem Totalabsturz auf eigenen Wunsch stattgefunden.